Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Rechnen in dem Tabellenkalkulationsprogramm. Und zwar, ich kann immer hergehen und sagen, mit ist gleich beginne ich eine Formel. Und in dem Fall möchte ich 14 plus 7 zusammenrechnen. Es funktioniert anders als beim Taschenrechner. Also ich muss mit dem Gleichzeichen beginnen, nicht so wie beim Taschenrechner, mit dem Gleichzeichen aufhören. Und wenn ich dann die Eingabetaste drücke, dann habe ich hier das entsprechende Ergebnis. Subtraktion funktioniert genauso wie der Gleichheitszeichen. 14 minus 7. Da haben wir die 7. Das ist der Cursor im Weg. Multiplikation. Schauen wir mal, was daraus kommt. Da haben wir dann 7 mal. Aufpassen. Mal ist hier nicht das X, sondern ein Sternchen. Nur dann kann er auch wirklich rechnen. Wenn ich hier ein X eingebe, dann würde das Ganze wieder als Text vielleicht erkennen. Ich muss sie fast mal ausprobieren. Was macht man denn bei einem X? Da müsste eigentlich eine Fehlermeldung... Ah, und er möchte sogar die Eingabe korrigieren. Und zwar richtigerweise aufs Sternchen. So intelligent ist dieses Programm. Wunderbar. So, Gleichzeichen. 14. Noch eine Besonderheit. Nicht geteilt. Weil geteilt ist, was wir vorhin gesehen haben. Das wäre dann der Bereich. Sondern der Schrägstrich. Das bedeutet in Excel geteilt. Also 14 geteilt durch 7 ist 2. Kann wunderbar rechnen, das Programm. Es funktioniert aber noch anders. In der Regel macht man das nicht so, dass man dann in diese Zelle die komplette Berechnung hier mit reinschreibt, sondern dass man eben mit verschiedenen verknüpften Zellen rechnet. Ich habe jetzt hier drei Zellen hier unten. Ich mache das Ganze ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Und ich klicke jetzt einfach mal in diese Zelle hier rein, wo schon eine Berechnung erfolgt ist. Also es ist immer der gleiche Ablauf. Wir beginnen mit einem Gleichheitszeichen. Und man sieht schon, hier ist jetzt der Bezug verwendet worden. Also hier steht jetzt nicht ist gleich 15 plus 3 plus 5, sondern hier steht B14 plus D14 plus F14. Wir sind hier in der vierzehnten Zeile und das sind genau die sich grünen Zellen hier. B14, D14, F14 und das ergibt 23. Probieren wir es mal mit der Aufgabe, die hier daneben steht. B14 minus D14, also 15 minus 3. Und dazu einfach das Gleichheitszeichen schreiben. Ich brauche auch die Zelle nur anklicken und schon wird mir die Zelle hier eingetragen. Aufpassen, ich muss dann das Rechenzeichen schreiben. Das darf ich nicht vergessen, weil sonst springt er dann auf die nächste Zelle, die ich anklicke. Erst nach dem Rechenzeichen kann ich auf die nächste Zelle klicken. So und jetzt habe ich hier B14 minus D14 und hier kommt 12 raus, also 15 minus 3. Dann schauen wir weiter. Gleichheitszeichen. B14, Rechenzeichen mal, D14 mal, F14. 225. Und dann haben wir noch die Division. B14 geteilt Schrägstrich D14. Da kommt 5 raus. Und gemischt, da müssen wir aufpassen, ich zeige auch gleich warum, also das Gleichheitszeichen. B14, dann plus D14 mal F14. Da kommt 30 hier raus und auch Excel rechnet hier der Reihe nach, also der Rechner zuerst 3 mal 15, also Punkt, Vorstrich, dann ist 15 und dann plus die 15 dazu. Das bedeutet, hier gibt es einen Unterschied zwischen, ich gebe das hier mal ein, 3 mal 7 plus 4. Und wenn ich aber möchte, dass dieses 7 plus 4 zuerst berechnet wird, dann muss ich das Ganze in Klammern setzen. Das heißt, ich sage 3 mal Klammer auf, dann 7 plus 4, Klammer zu. Das bedeutet, er rechnet jetzt praktisch zuerst die Klammer, das ist 11 mal 3 und dann kommt 33 raus. Also hier aufpassen bei der Berechnung. Ja, das Tolle ist jetzt auch, wenn ich mit Bezügen rechne, dann kann ich diese Zellen hier auch entsprechend verändern. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine 10 reinschreiben, wenn ich hier wieder rausgehe. Dann ändern sich automatisch die Berechnungen, die ja hier schon hinterlegt wurden, mit der neuen Zahl 10. Ich kann auch hier dann noch eine neue Zahl eingeben und automatisch, wenn ich die Zelle verlasse, berechnen sich diese Zellen hier neu.